Herzlich willkommen zurück im Lotus Map Editor. Wir kümmern uns heute um die Pro-Version, nennen wir es mal, des Trassierens und wie man so ein Gleis zusammenbastelt. In Teilen gehe ich auch auf ein paar Sachen ein, die für die Straße wichtig sind, aber es geht um Gleise. Und zwar, wir fangen mal beim Urschleim an. Es gibt drei Elemente in der Trassierung, die man so großartig verwenden kann. Das ist einmal die Gerade. Deren wichtigste Eigenschaft ist, dass der Radius Null oder Unendlich ist. Man kann beides verwenden. Es kommt aufs Gleiche hinaus ein bisschen. Dann haben wir eine Kurve. Da ist die wichtige Eigenschaft, dass der Radius konstant ist. Also es ist vom Anfang bis Ende der gleiche Radius. Dann haben wir noch die Klotoide und ich finde, über die wird zu selten gesprochen und auch die wird für meine Begriffe zu selten verwendet. Deswegen soll es da heute viel darum gehen. Und deren wichtigste Eigenschaft ist, dass der Radius sich stetig verändert. Warum braucht man sowas? Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass logischerweise, wenn wir in eine Kurve fahren, die Straßenbahn prinzipiell auch gerne weiter geradeaus fahren würde. Aber diese Gleise, die wollen nicht. Die bringen das Ding einfach vom Weg. Und genau in dem Moment, wo man in eine Kurve fahren würde, hat man ja natürlich einen Ruck. Und dieser Ruck ist sehr unschön. Könnte ich ungefähr so vorstellen, wenn wir keine Klotoiden hätten, in der Realität, dann würde sich das Autolenkrad zum Beispiel schlagartig drehen. Also wenn man Auto fährt, dann dreht man ja mühselig das Lenkrad ein und fährt dann irgendwann auch mal in die Kurve. Genau dieses Verhalten beschreibt eigentlich quasi eine Klotoide ganz gut. Das heißt erstmal, wie erkennen wir, was wir jetzt eigentlich gerade bei einer realen Karte haben, was wir da vorliegen haben und was wir da nehmen sollten für Elemente. Das ist zum Beispiel hier, das ist in Dresdner Bahnhof Neustadt. Wir haben hier eine Kurve, da geht es sehr sanft, sagen wir es mal ungefähr von hier bis hier rein, dann ist hier die Kurve und dann geht die wieder von hier bis hier sanft raus. Das heißt natürlich, wir haben, wir kommen auf an einer Geraden und dann hier eine Klotoide, dann wirklich die Kurve und wir eine Klotoide. Hier ist zum Beispiel mal was Besonderes, dadurch, dass es ja eine S-Kurve ist, haben wir sehr wahrscheinlich eine Klotoide, Kurve, Klotoide, eine gegenläufige Klotoide, Kurve und wieder eine Klotoide. Das heißt, in, sagen wir es mal, dem Punkt ungefähr, wären wir ja gedacht in der Gerade, das heißt, wenn man sich da wieder eine Klotoide anschließt, die natürlich jetzt erstmal gegenläufig ist, ist das trotzdem alles in petto, weil wir natürlich keinen großartigen Ruck haben. Wenn wir mal ein bisschen weiter gehen, jetzt haben wir jetzt zum Beispiel Weichen. Hier ist es ganz wichtig, bei Weichen, da gibt es keine Klotoide. In dem Bereich hier, nee, gehe ich aber später noch drauf ein. Was wir uns jetzt mal ein bisschen noch angucken und vielleicht auch im Mappet oder nachbauen wollen, weil es geht natürlich auch darum, wie kann man das Ganze in Lotus umsetzen. Nehmen wir mal diesen Bogen hier, wo wir natürlich aus einer Gerade kommen, eine Klotoide, Bogen, Klotoide und dann natürlich wieder zurück in der Gerade. Ich habe mir die Werte schon mal rausgeschrieben. Das sind eine Länge der Klotoide von 12 Meter und der Radius, den wir hier haben wollen, sind 25 in der Kurve. 25 Meter. Und die Länge der Kurve ist auch ungefähr 12 Meter. Das ist alles so ein bisschen, von der Länge her, die drei Elemente sind gleich. Wichtig! Erster wichtiger Punkt ist, sind alle Längen im Rahmen, weil es gibt eine Mindestlänge. Das ist immer so ein bisschen der Drehzapfenabstand von den Fahrzeugen, die eingesetzt werden. Und mindestens jedoch 6 Meter, weil das so eigentlich der kleinste Drehzapfenabstand ist, der heutzutage noch so verwendet wird. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Kurve zwischen zwei Kurven, eine Gerade hat und die ist kleiner als 6 Meter, dann ist das prinzipiell nicht ganz so richtig. Oder wenn man selber eine Kurve hat, die jetzt zum Beispiel kleiner als 6 Meter in der Länge ist. Auch nicht richtig. Dann haben wir, auch ganz wichtig noch zu überprüfen mit dem Radius, 25 ist so ein bisschen der Mindestradius, der heutzutage verbaut wird. Hat einfach was damit zu tun, dass da alle Fahrzeuge locker drüber fahren können. Bei kleineren Radien ist das mitunter nicht der Fall. Das heißt zum Beispiel, wir haben in München, gibt es eine Gleiskonstruktion, ein Maxmonument ist das glaube ich. Da ist der Radius 14 Meter. Wenn die jetzt zum Beispiel das neu bauen würden, dann hätten die natürlich Bestandsschutz und könnten diese 14 Meter, auch wenn das nicht wirklich mehr erlaubt ist, noch wieder einbauen. Aber natürlich nicht jedes Fahrzeug wird da drüber fahren können. Der GT6N zum Beispiel, der in München als R22 oder sowas gelistet wird, der kann das. Und natürlich dann auch andere Fahrzeuge, die in München fahren. Aber ein B-Wagen zum Beispiel würde da nicht langfahren dürfen. Der würde da ehemalig scheitern. Das heißt also, wir können natürlich auch zum einen hier aus dem Video was rausnehmen für Leute, die fiktive Karten bauen. Genauso wie für Leute, die reale Karten bauen. Wir waren dabei stehen geblieben, dass wir überlegt haben, ob die Werte, die wir hier ermittelt haben, irgendwo in einem realistischen Rahmen sind. Das sollte man eigentlich immer tun. Und können uns da mal mit dem Map Editor vertraut machen, was dir so zum Thema Kurvenlage sagt. Können wir mal hier Z-Wert von 0 einstellen. Ich habe schon diesen Modus hier eingestellt. Das ist, im Englischen heißt das Transition Curve Mode. Im Deutschen müsste das irgendwas mit Übergangsbogen sein. Ich hoffe auch, ihr werdet das überleben, dass ich die Map Editor auf Englisch habe. Das ist irgendwie so. Das hat sich bei mir eingebürgert. Wir gehen also auf ein neues Rail-Tracks-Segment. Ein neues Gleis. Während dieser Button aktiviert ist, klicken einmal irgendwo in die Pampa, wo wir natürlich gerne unser Schienenstück starten lassen, wölten. Geben eine Richtung vor. Und jetzt wird es ganz wichtig. Wir haben ja jetzt gesagt, wir haben eine Länge von 12 Metern. Das heißt, wir sind, gerade wenn es um Klotoin geht, immer gut daran, die Werte einzugeben. Das gehen wir ja, wenn man einfach in eine Zahl eintippt, dann kommt ja dieses Fenster. Dann können wir hier eine Länge eingeben. Hier ist ganz wichtig, bei dem R-Radius ist der Startradius. Der Startradius ist bei uns aus der Gerade 0. Auch wenn wir auf 25 Meter als Zielradius haben, der Startradius, den wir da angeben müssen, ist immer noch 0. Und den Übergang zwischen, wir haben ein Radius von 0 und ein Radius von 25, das macht jetzt hier unten dieser Parameter. Da steht 1 durch A. Weiß ich nicht, warum das 1 durch A heißt. Der Wert, den wir hier errechnen, ist eigentlich das A. Und das passt auch so. Also, wie gesagt, weiß ich nicht, warum das 1 durch A heißt. Muss man selber antworten. Die große Frage ist, was ist das jetzt für ein Wert? Und da kommt die einzige mathematische Formel, mit der ich euch heute quäle, zum Vorschein. Die anderen Sachen, die werde ich nicht grundlegend mathematisch erläutern, weil das ist ein bisschen zu viel, finde ich. Dieses A berechnet sich aus A² ist gleich R mal Länge von dem Übergangsbogen. Sieht ein bisschen aus wie ein Smiley hier. Naja, das heißt also, um das A selbst zu berechnen, müssen wir dann nochmal davon die Wurzel ziehen. Und dann haben wir das. Bedeutet also, wir haben einen Radius von 25. Einheiten lasse ich mal fairerweise jetzt weg. Sonst habe ich keinen Platz mehr. Und wir haben hier 12 Meter Länge des Übergangsbogens. Das kriegt man jetzt komischerweise nicht im Kopf hin. Deswegen nimmt man sich einen Taschenrechner und tippt ein 25 mal 12. Und davon die Wurzel. Das sind 17,32. Hast du nicht gesehen. Wir können jetzt natürlich ganz, ganz, ganz gut arbeiten mit dem... Oh, ich wollte nämlich kopieren. Das kann man hier tun. Der hat das jetzt kopiert, diesen Wert. Ja. Und ganz wichtig, wir müssen hier einen Punkt draus machen. So. Das hat der Map mit dir genommen. Wichtig ist, sofort weitermachen. Weil, jetzt gucken wir mal hier runter. Das ist immer ganz, ganz wichtig sowieso. Hier unten bei diesem Prop Selected Object. Also Prop steht für Properties. Da gibt es ganz, ganz viele wichtige Sachen, die ihr sowieso immer mal im Auge haben solltet. Und da sehen wir jetzt, dadurch, dass wir den Wert kopiert haben, dass wir hier instant bei 25 Meter im Radius landen. Weil das ja das Errechnete ist. Also wenn wir jetzt hier diese Schiene, die wir jetzt verlegt haben, betrachten, dann ist an dem Punkt, wo jetzt unsere Kurve startet, ist schon der Radius 25 erreicht. Jetzt können wir natürlich das Ganze so verlegen, dass wir eine 12 wieder eintippen als 12 Meter. Und jetzt tippen wir wieder 12 Meter ein, haben den Startradius, nehmen wieder aus der Zwischenablage unseren errechneten Wert, ändern das Komma zu einem Punkt und setzen ein Minus davor und sind wieder in der Geraden. Ich denke mal, man sieht ganz deutlich diesen Übergang von dem Radius 25 auf den Radius 0. Und somit kann man natürlich ganz elegant, nennen wir es mal, um diese Kurve fahren. Auch nicht, dass man hier gleich vom Sitz fliegt, wenn man in der Straßenbahn sitzt. Vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen, das ist die Trassierungsrichtlinie, die aktuellste tatsächlich von 1993, irgendwie sowas. Also das ist jetzt nicht irgendwas, was sich die Leute vor ein paar Jahren aus dem Kopf gezogen haben, sondern das ist was, diese Klotoiden, die werden schon seitdem es Autobahnen gibt, verbaut. Das war in den 30ern, irgendwann hat das jemand quasi für den Verkehrswegebau ein bisschen adaptiert. Und ja, seitdem wird das, erhält das nach und nach in jeder Art Einzug. Und natürlich auch, wie gesagt, also jede neuere Strecke, die ihr so seht, hat auf jeden Fall Klotoide, weil das vorgeschrieben ist. Und auch ältere Strecken werden mitunter das schon haben. Also auch vor 1990 wurden bestimmt auch schon Klotoiden verbaut. Ihr kommt also bei einer realen Map um dieses Thema prinzipiell nicht drumherum. Der Vollständigkeit halber. Es gibt noch andere Möglichkeiten, einen Übergangsbogen, was ja wie gesagt diese Klotoide ein Typ von ist, darzustellen. Mal als Beispiel, es gibt noch die Möglichkeit, das ist ein bisschen Stückelei, ehrlich gesagt, aber naja gut, was willst du machen? Also ein Übergangsbogen, da geht es los mit dem Radius, dem Sechsfachen des Radiuses. Das heißt, wir haben jetzt vielleicht so 10 Meter und dann haben wir bei 25 mal 6 sind 150. Dann haben wir sechs Fünftel des Radius. Das ist dann ein Radius von 30 und dann haben wir den Radius noch selbst, logischerweise. Das ist diese Stückelung. Naja, die ist machbar, aber ist halt nicht so schön. Das kommt natürlich ein bisschen an so eine Klotoide ran, ist aber natürlich nicht vergleichbar, was den Vorkomfort anbelangt. Und natürlich gerade bei kleineren Radien ein wenig düsterer. Das nutzt man eher bei höheren Radien, da ist es am Ende auch so ein bisschen egal. Ab einem gewissen Radius sind Klotoiden nicht mehr so wirklich, also ist der Unterschied zwischen keine Klotoide und Klotoide nicht mehr so wirklich spürbar. Jetzt ist es aber so, gerade auch bei der großen Eisenbahn, dass man dann trotzdem Klotoiden verlegt. Das hat ein bisschen den Hintergrund, dass man ja sowieso ran muss an die, also quasi an einen Anlauf, an die Kurve, nennen wir es jetzt mal. Und zwar haben wir neben den Übergangsbögen, zum Beispiel das Ding hier und das Ding hier, haben wir noch eine Überhöhungsrampe. Das heißt also, meistens werden, gerade auch bei Straßenbahnen, die dann auf unabhängigen Gleiskörpern trassiert werden, werden noch Überhöhungsrampen verbaut. Bei der Bahn eigentlich gefühlt immer. Die Überhöhungsrampe hat eine bestimmte Berechnung, die ich euch jetzt auch erspare, weil es wird immer der größere Wert des entweder Übergangsbogens oder der Überhöhungsrampe genommen. Einfach, weil man natürlich so ein bisschen eine Verwindung in dieser Überhöhungsrampe hat, die die Schienen dann auch abbilden müssen, wenn das einfach auf einem zu schnellen, zu kurzen Schienenstück ist, also zu schnell passiert, das wollte ich sagen. Dann hat das Fahrkomforttechnisch natürlich auch Probleme, beziehungsweise muss man ja auch diverse Verbiegesachen mit dem Stahl machen. Und ja, das ist vielleicht auch nicht gerade so wunderbar für den Stahl selbst. Ich werde euch jetzt nicht mit den Berechnungen quälen von den Übergangsbögen und Überhöhungsrampen. Also was ihr auf jeden Fall wissen müsst zum Thema Längen von den Überhöhungsrampen oder von Übergangsbögen. Wir bewegen uns, je kleiner der Radius ist, natürlich irgendwo bei Längen wie zum Beispiel jetzt hier so 10 bis 20 Metern. Auch ganz wichtig, je größer die Überhöhung, desto länger die Rampe natürlich auch. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf diesen 12 Metern auf die maximale mögliche Überhöhung gehen würden, dann wäre das prinzipiell vielleicht nicht ganz so cool. Da wären wir dann eher so bei 20 Metern Länge. Das hat jetzt immer ein bisschen einen wichtigen Hintergrund. Man legt jetzt nicht den Parameter A für die Glodoide zum Beispiel fest und geht danach, sondern legt eine feste Länge, die natürlich sich in den Gesetzmäßigkeiten, die man errechnen kann, sich befindet. Es ist ganz gut, hier den weichen Rechner zu nutzen. Ich könnte mich ja vielleicht auch mal stark machen, dass da noch ein bisschen was mit reinkommt. Weil wie gesagt, was soll ich euch jetzt hier mit irgendwelchen krassen Formeln quälen, die irgendwo in dem Studium drankommen? Die meisten Leute sind froh, dass sie keine Mathematik mehr machen müssen. Auch sind doch in der Schule. Dann hassen sie Mathematik vielleicht auch. Deswegen, wie gesagt, Übergangsbögen in der Stadt meistens so im Bereich 10 bis 20 Meter. Und wenn die Überhöhung noch mit reinkommt, kann das sein, dass es ein bisschen mehr wird, je nachdem, wie hoch die Überhöhung ist. Nachdem ich jetzt so eine 80.000 Mal Überhöhung gesagt habe, kommen wir auch dazu. Das heißt also, wir gehen mal in das Gleis hier in der Mitte mit dem konstanten Radius von 25. Gucken wir uns mal an. Wir haben hier eine Höhe. Wir haben hier eine Neigung und wir haben eine Überhöhung. Und wir sind jetzt nicht bei Überhöhung. Und haben dort eine Sache, die natürlich ein bisschen schwieriger ist bezüglich der Umsetzung für Schienen. Weil das hier ist Straße. Diese vier Sachen sind Straße, weil das ist Prozentwert. Wir können mal kurz hier oben hinschielen. Da steht ein Maximalprozentwert von 12,5 bei den Gleistrassierungsparametern. Also zum Beispiel kann man jetzt hier ein paar Werte eintragen. Drückt automatisch drauf. Drückt automatisch drauf. Drückt allgemein drauf. Bin ich beschwört. Und dann hat man hier entsprechend die Werte, die man damit nutzen kann. Das heißt also, wir sind hier bei 12,5 Prozent sind wir bei der Überhöhung durch 100 gerechnet bei 0,125 als Maximalüberhöhung. Oh, das ist der Außenpunkt. Wir nehmen hier mal ein Minus rein. Sowas machen wir nicht. Wir machen sowas hier. Das bedeutet natürlich, wenn wir jetzt hier natürlich eine Überhöhungsrampe drin haben. Jetzt logischerweise. Und hier auch das Ganze wieder zurückgeführt wird. Dann müssen wir nur das Gleis in der Mitte anpassen und dann passt sich das Ganze automatisch an. Das ist die Maximalüberhöhung. Die errechnet sich wie folgt. Wir haben 1435. Nehmen wir jetzt einfach mal. Als Spurmaß. Und einen Überhöhungsfehlbetrag. Eine Maximalüberhöhung, die im Eisenbahnbereich verbaut wird von 180 Millimetern. Dämlicherweise muss ich das eigentlich jetzt andersrum reintreten. Schade gerade. Durch, da sind wir hier 35. So, und da kommen wir auf diese 0,125, diese 12,5 Prozent Maximalüberhöhung. Das heißt also, wenn ihr jetzt eine Überhöhung habt von 100 Millimetern. Ganz wichtig. Dann müsstet ihr diesen Wert nehmen und hier reinpfeffern. Das war jetzt glaube ich 0,7 ungefähr. Natürlich die Preisfrage, wie berechnet sie oder wie ermittelt man diesen komischen Überhöhungsbetrag. Oder wie kommt der zustande? Vielleicht noch ganz wichtig zu wissen. Wenn wir jetzt hier eine wunderbare Schiene haben. So, ein überhöhtes Gleis. Dann ist der Unterschied zwischen der linken Schiene und der rechten Schiene in Millimetern. Uh, der Pfeil ist es noch nicht. Der unten zwar auch noch nicht, aber das war es ja an der Stelle komplett. So, das ist unsere Überhöhung in Millimetern. Wunderschön geschrieben. Das heißt also, jetzt ist es natürlich ganz logisch. Wenn ihr eine Meterspurbahn baut, dann sind diese Werte anders. Jetzt haben wir aber freundlicherweise hier Prozentwerte. Das heißt also, wir rechnen das Ganze jetzt mal um. Wir haben jetzt unsere 0,125 mal 1000 für die Meterspur. Und haben dann entsprechend eine, das hätte man jetzt auch im Kopf rechnen können, eine Überhöhung von 125, die man so maximal anwenden sollte. Noch ein Pro-Tipp. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier im Straßenraum sind, dann sind Überhöhungen sehr, sehr selten. Oder beziehungsweise, wenn sie vorhanden sind, dann sind sie sehr flach. Weil ja logischerweise, wenn man jetzt hier so eine Überhöhung mit ansetzt im Straßenraum, das macht das Auto nicht mit, dass er drüber fahren muss. Genauso nicht wie der LKW. Und spätestens, wenn der LKW drüber fährt, dann ist diese Überhöhung sowieso wieder ein bisschen ausgeglichen. Das bedeutet also, wir haben im Straßenraum eine maximal sinnvolle Überhöhung von 30 Millimetern. Das können wir uns natürlich auch wieder ausrechnen, was das für ein Prozentsatz ist. Das sind 30 durch, wie gesagt, im Regelspurbetrieb. Also 0,02 ist das Maximalste, was man so in der Fahrbahn verbauen sollte. Das können wir gleich mal einstellen. Das hat natürlich jetzt nicht so einen riesen Einfluss auf den Ruck. Deswegen ist ganz gut, um vielleicht mal noch so ein bisschen die zulässige Höchstgeschwindigkeit, die man nicht fahren darf, noch ein bisschen über eine Schwelle zu heben, dass dann der Auftraggeber auch zufrieden ist damit. Aber ansonsten hat das jetzt nicht so den riesen Einfluss. Aber wie gesagt, ganz wichtig, wenn man jetzt im Stadtbereich unterwegs ist, irgendwelche Radien von 150 Metern hat und man würde da gerne mit 50 durchschabeln, dann braucht man eine Überhöhung, ansonsten kommt man nicht hin. Deshalb hat man da Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 40 oder sowas. Wir kümmern uns noch um den dritten Punkt, den ich gerade genannt habe, und zwar die Neigung. Auch hier wieder Prozentwerte. Das heißt, wir machen jetzt mal ein einfaches Rechenbeispiel. Wir nehmen uns eine 50 Meter lange Schiene und nehmen die jetzt um einen Meter nach oben. Das heißt, wir sind jetzt hier bei der hinteren Ende bei einem Meter in der Höhe. Und logischerweise haben wir jetzt immer eine Neigung von 0. Das heißt, wir haben eine S-Kurve da drin. Die kriegen wir raus, indem wir sagen, dass wir einen konstanten Gradienten setzen wollen. Da sehen wir natürlich wieder unsere Prozentwerte. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Steigung von umgerechnet 2%. Also wir rechnen quasi aus, den einen Meter in der Höhe durch die 50 Meter in der Länge und kommen dann auf diesen Wert. Wenn wir das Ganze jetzt ausrunden wollen, also quasi, wir wollen wieder in unsere Ebene zurück, dann haben wir jetzt ein glitzig kleines Problemchen. Und zwar nehmen wir uns einfach mal eine Länge von 25 Metern, weil sich das wieder gut rechnen lässt. Im Gleisbau haben wir dann sowas wie eine Tangentenlänge, eine Ausrundungsradius. Das haben wir ja alles nicht. Wir haben nur unseren Prozentwert. Das heißt, wir behelfen uns, um in die Ebene zurückzukommen, einfach mit einem kleinen Trick. Wir wissen ja jetzt, dass wir bei einer Länge von 50 Metern einen Meter Höhe überwunden haben. Jetzt wollen wir die Hälfte davon überwinden, aber auch noch gleichzeitig ausrunden. Das heißt, wir halbieren das wieder. Wir sind also dann bei 1,25. Ja, und das ist das ganze Spektakel. Das heißt, ihr müsst ein bisschen schauen, dass ihr natürlich entsprechend eine gewisse Länge habt, also sowas wie 20, 25 Meter zum Neigungswechsel ist ganz nett. Bei größeren Neigungswechseln vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr nehmen. Außer ihr seid wieder in München, weil in München gibt es so eine lustige Brücke, kann man googlen, irgendwo in Nymphenburg. Da zerbrechen halber die Straßenbahnen. Also natürlich zerbrechen die nicht, weil die sind extra dafür gebaut, dass die so einen Neigungswechsel mitmachen. Aber auch wieder hier nicht jede Bahn schafft so einen Neigungswechsel. Der letzte Punkt sind Weichen. Und da gibt es ein paar Besonderheiten. Und zwar sind Weichen in der Regel mit irgendwelchen festen Radien verbaut. Also wir haben jetzt hier, bauen wir sowas mal kurz auf, so, so, so. Dann haben wir bei einer Weiche immer gewisse Parameter, die jetzt zum Beispiel bei der Eisenbahn immer verwendet werden. Also zum Beispiel haben wir da feste Radien. Ich muss mal kurz eine Tabelle raussuchen, die ich hier nicht zeigen darf. Also zum Beispiel haben wir den so ein bisschen kleinsten Radius, den man nehmen sollte, von 190 Metern bei der Eisenbahn. Der nächst höhere Radius, den man hat, sind 300 Meter. Und dann kommt sowas wie 500 Meter, 750, 1.000, 1.200 und sowas. Also da hat man schon einige Sprünge dazwischen. Bei der Straßenbahn ist es jetzt vielleicht nicht ganz so krass. Da wird immer so ein bisschen auf ganze Zehner gerundet. Vielleicht manchmal auch noch ein bisschen mehr Rundung. Das heißt also, dass man sowas hat wie 50 und 100. Das bedeutet, wenn wir uns das genauer anschauen, brauche ich mal natürlich noch ein gutes Beispiel. Kurz zur Info, diese Haltestelle wurde neu gebaut jetzt. Das sieht man ein bisschen, dass hier gebaut wurde. Und da ist der Plan dazu, der bei der Stadt Dresden ausliegt. Und da sehen wir schon ein bisschen, was da auf uns zukommt. Und zwar haben wir jetzt entsprechend einen Radius von 100 in der Weiche und gehen dann weiter mit 40. Oder halt dann auf der Innenseite 47. Gucken wir mal beim anderen Ende. Da haben wir jetzt hier einen Radius von 50 und gehen dann entsprechend mit außen 43 Meter weiter und in 39,5. Hier haben wir auch einen Radius von 50. Schön bis zum Herzstück. Das heißt, Lotus wird uns da ein wenig verhauen. Und dann ein Radius von 24, beziehungsweise hier 22. Das hat natürlich einfach jetzt den Grund, dass hier selten Personenverkehr drüber fährt über diese Verbindung. Das ist nur ein Ausrückweg. Aber wir haben ja hier von der Brücke diese vier Pfeiler. Und deswegen kommen wir natürlich ein bisschen in Stabilitäten, wenn wir hier größere Radien verwenden. Und auch hier sehen wir wieder, das ist natürlich jetzt zwar eine Außenburgenweiche, aber wir haben hier einen Radius von 100 Metern und hier ist mal der seltene Fall, dass das ist eine Sonderkonstruktion, dass dann der Radius entsprechend reingeht. Aber auf jeden Fall kann man so ein bisschen sich in den Kopf hämmern. Bei einer Weiche geht es erst mal mit einem festgelegten Radius los und dann kommt der Rest quasi. Das bedeutet also, wir gucken uns an, wie sowas verstatten gehen könnte. Das heißt, wir nehmen jetzt mal einen Radius von 50 und schauen deswegen dann, damit wir da genauer agieren können, hier unten hin und versuchen jetzt mal ungefähr 50 zu erreichen. Ungefähr so. Das heißt, haben wir ungefähr, können wir jetzt mal eingeben, 10 Meter in der Länge und 50 Meter. Wir können jetzt mit irgendeinem anderen Radius weitermachen. Jetzt sind wir hier bei, keine Ahnung, 10 und minus 25. Und das Wichtige ist, weswegen wir das eher grafisch machen, dass wir dieses Herzstück generieren können. Das heißt, wir möchten natürlich unsere Gleisgeometrie so aufbauen, gerade natürlich auch bei fiktiven Strecken, dass wir zwar eine entsprechende Weiche haben, die halbwegs realistisch ist, aber natürlich auch noch ein Herzstück haben, damit wir damit auch zurechtkommen. Das soll es für das Video gewesen sein. Das sind so die wichtigsten Grundlagen für das Trassieren. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.